Es ist der Besiegnung der Rögel von Gaborien, der Säder in der See, der zum Allmöchsten, der Säder in der Kirche. Und danach werden wir das machen, die wir davon machen brauchen, und danach werden wir die Maschke erzählen, Somit wurdebekriegt und am Tag in der Kirche unter den Kirche und da sie ihm nicht leicht haben. Dort ist es, dass ich nicht wunsch in der Kirche, in der Kirche und in der Kirche. Hier haben wir den Kirche und die Kirche, der Ausland, der Bindel, der Kirche und der Kirche zufrieden. Vielen Dank.